10 Tipps, wie du dich für den dritten Prüfungsversuch vorbereiten kannst Ein Artikel von studienscheiß.de verfasst von Tim Reichel An der Uni wirst du in jedem Semester vor neue Herausforderungen gestellt. Deadlines zu Klausuren, mündlichen Prüfungen oder schriftlichen Studienarbeiten stehen regelmäßig in deinem Kalender. Entsprechend geraten viele Studenten während der Prüfungsphase unter Druck, besonders dann, wenn sie für mehrere Prüfungen gleichzeitig lernen müssen oder Prüfungstermine in sehr kurzen Abständen hintereinander folgen. Sind Lernpensum, Schwierigkeitsgrad und Stresspegel zu hoch, wird der Prüfungserfolg häufig zur Zitterpartie. Kurzfristige Prüfungsabmeldungen oder Vielversuche sind die Folge. Mit weitreichenden Konsequenzen. Denn es stehen dir nur eine gewisse Anzahl an Prüfungsversuchen zur Verfügung. In der Regel sind je Prüfung drei Versuche möglich. Bestehst du die Prüfung allerdings beim dritten Anlauf nicht, ist dein Studium vorzeitig beendet und du wirst exmatrikuliert. Mit anderen Worten, dein persönlicher Super-GAU tritt ein. Es ist daher verständlich, dass viele Studenten dieses Szenario verhindern möchten und große Angst vor ihrem dritten Prüfungsversuch haben. Dennoch werden tausende Prüflinge Semester für Semester mit genau dieser Situation konfrontiert. Sie stehen ihrem letzten Prüfungsversuch gegenüber. Sie sind nervös, überfordert und wissen nicht, wie sie sich vorbereiten sollen. Für diese Studenten habe ich diesen Artikel geschrieben. Vielleicht hilft er auch dir. Der dritte Prüfungsversuch ist etwas Besonderes. Es ist deine letzte Chance. Es darf nichts schief gehen. Das bedeutet, neben dem Lernstoff hast du mit maximalem Leistungsdruck und deutlich erhöhter Prüfungsangst zu kämpfen. Zugegeben, das sind nicht die besten Voraussetzungen für eine entspannte Prüfungsvorbereitung. Aber deine Lage ist nicht so schlimm, wie sie sich anfühlt. Mit der richtigen Strategie und einer klugen Herangehensweise kannst du deinen dritten Prüfungsversuch meistern. Und diese zehn Tipps helfen dir dabei. Tipp Nummer 1. Werde zielstrebig und optimistisch. Der dritte Prüfungsversuch ist für viele Studenten eine mentale Bremse. Die Situation ist bedrückend und zerstört große Teile der Motivation. Deshalb solltest du bei deiner Prüfungsvorbereitung als allererstes bei deiner Einstellung und deinen Gedanken beginnen. Mach dir klar, dass du nur dann erfolgreich sein wirst, wenn du deine Herausforderung positiv angehst. Fokussiere dich auf dein Ziel, also die Prüfung bestehen, nimm dir fest vor, es zu erreichen und verliere es bis zum Schluss nicht mehr aus den Augen. Tipp Nummer 2. Bring dich auf den aktuellen Stand. Der dritte Versuch bedeutet für viele Prüflinge, dass sie die entsprechende Klausur vor einiger Zeit zweimal nicht bestanden haben. Die Betonung liegt dabei auf Vor einiger Zeit. Häufig liegt der Besuch der Vorlesung zwei oder drei Semester zurück, manchmal auch länger. Das Problem dabei ist, deine Lernunterlagen könnten nicht mehr aktuell sein. Möglicherweise hat dein Dozent die Unterlagen aktualisiert oder einige Vorlesungsinhalte überarbeitet und damit den Prüfungsstoff geändert. Aus diesem Grund besteht die Gefahr, dass du dich auf die falschen Inhalte vorbereitest. Und das darf dir nicht passieren. Bring dich deshalb auf den aktuellen Stand. Besorge dir die aktuellen Unterlagen. Informiere dich bei anderen Studenten oder direkt am Lehrstuhl und besuche die Vorlesung im Zweifel ein weiteres Mal. Tipp Nummer 3. Erstelle einen Lernplan. Sobald du weißt, welcher Stoff prüfungsrelevant ist, solltest du dich nicht direkt ans Lernen machen, sondern zunächst einen entsprechenden Lernplan erstellen. Lege dazu fest, welche Inhalte du wann lernen solltest. Plane ausreichend Zeit für wichtige Themen, Übungsaufgaben und Wiederholungen ein. Versuche, alle Lerneinheiten im Vorfeld festzulegen und in einer zeitlichen Übersicht zu sammeln. Passe deinen Lernplan im Laufe des Semesters an, falls du merkst, dass deine Planung nicht aufgeht. Tipp Nummer 4. Beginne früh mit der Prüfungsvorbereitung. Einen dritten Prüfungsversuch kannst du nicht mit wenigen Tagen Vorbereitung erfolgreich bestehen. Wenn du deine Lage nicht ernst nimmst und erst kurz vor deinem Prüfungstermin mit der Vorbereitung beginnst, setzt du deine letzte Chance leichtsinnig aufs Spiel. Im besten Fall solltest du dich seit Bekanntwerden deines zweiten Fehlversuchs auf deinen dritten, entscheidenden Prüfungstermin einstimmen und vorbereiten. Tipp Nummer 5. Lerne kontinuierlich. Der Schlüssel für tief verankerte Kenntnisse und ein solides Stoffverständnis liegt im kontinuierlichen Lernen. Kurze, hochintensive Lerneinheiten unmittelbar vor deiner Prüfung können gelegentlich zum Erfolg führen. Für deinen dritten Prüfungsversuch rate ich dir allerdings entschieden davon ab. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Mach es dir stattdessen zur Gewohnheit, regelmäßig für deine Prüfung zu lernen. Am besten bereitest du dich ab dem ersten Tag vor. Arbeite einfach nur ein kleines bisschen, dafür aber jeden Tag. In Summe wirst du damit die beste Leistung abrufen können. Tipp Nummer 6. Lerne in Etappen. Kurz vor ihrem dritten Prüfungsversuchen lernen viele Studenten tag- und nächtelang durch. Sie beschäftigen sich stundenlang mit ihren Lernunterlagen, wiederholen alte Prüfungsaufgaben und arbeiten bis zur totalen Erschöpfung. Doch leider bringt diese Strategie nur wenige Vorteile mit sich. Im schlimmsten Fall kann diese Art des Lernens sogar nach hinten losgehen, weil durch die beschriebene Dauerbelastung, Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit rapide abnehmen. Am Ende steht ein hoher zeitlicher Aufwand gegen eine mittelmäßige bis schlechte Ausbeute. Viel sinnvoller ist es hingegen, wenn du in Etappen lernst und zwischen deinen Lerneinheiten kurze Pausen einstreust. Tipp Nummer 7. Konzentriere dich nur auf deinen dritten Prüfungsversuch. Es kommt häufig vor, dass der dritte Versuch einer Prüfung von anderen Prüfungsterminen umgeben ist. Die Klausurplaner deiner Hochschule nehmen in der Regel wenig Rücksicht auf Wiederholer und organisieren die Klausurphase nicht nach deinen individuellen Bedürfnissen. Du musst daher selbst dafür sorgen, dass du vor deiner entscheidenden Prüfung genug Zeit zum Lernen hast und nicht von anderen Verpflichtungen abgelenkt wirst. Versuche deine volle Konzentration auf deinen dritten Versuch zu legen. Sage konkurrierende Termine ab oder schiebe andere Prüfungen im Notfall, damit du dich komplett fokussieren kannst. Tipp Nummer 8. Kenne die Rahmenbedingungen. Dritte Prüfungsversuche sind auch aus prüfungsrechtlicher Sicht etwas Besonderes. Wie eingangs erwähnt, droht nach diesem dritten Nicht-Bestehen normalerweise die Exmatrikulation. Doch es gibt je nach Hochschule Besonderheiten, die für diese Situation vorgesehen sind. Einige Unis bieten zum Beispiel eine finale Ergänzungsprüfung an oder sehen unter gewissen Umständen einen vierten Prüfungsversuch vor. Diese Regelung musst du kennen, bevor du deine große Herausforderung annimmst. Alle prüfungsrechtlichen Spielregeln findest du in deiner Prüfungsordnung. Lies die entsprechenden Passagen unbedingt nach und informiere dich ausführlich über die geltenden Rahmenbedingungen. Tipp Nummer 9. Überwinde deine Prüfungsangst. Ja, ein dritter Versuch ist eine Ausnahmesituation. Du stehst mit dem Rücken zur Wand und fühlst dich schlecht. Ich kann verstehen, wenn du dich unwohl fühlst und dir die Lage Angst macht. Doch du darfst dich nicht von deiner Prüfungsangst überwältigen lassen. Du musst dir ins Auge blicken und dagegen ankämpfen. Wenn dich deine Prüfungsangst lähmt und du dich ihr ergibst, hast du deinen letzten Prüfungsversuch vergeigt, bevor du überhaupt mit dem Lernen angefangen hast. Verdränge deine Angst nicht. Akzeptiere sie. Spüre sie. Setze dich mit ihr auseinander. Ordne sie ein. Und dann überwinde sie. Tipp Nummer 10. Spiele deine Prüfung in Gedanken durch und bestehe sie. Zurück zu Tipp Nummer 1. Prüfungserfolg beginnt im Kopf. Wenn du deinen Drittversuch bestehen möchtest, musst du die Herausforderung mental annehmen und dich auf ein positives Ergebnis einstimmen. Nicht, damit du dich auf dem Gedanken, dass schon alles gut gehen wird, ausruhen kannst, sondern um deine Willenskraft mit einem positiven Gefühl zu verstärken. Spiele deine bevorstehende Prüfung deshalb in Gedanken durch. Stell dir vor, wie du fleißig und effizient lernst. Male ein Bild in Gedanken davon, wie du während der Prüfung über dich hinauswächst. Sieh dir vor deinem inneren Auge dabei zu, wie du die Prüfung am Ende bestehst und überglücklich bist. Und dann nutze diese Motivation, um dich optimal auf deine Prüfung vorzubereiten. Fazit Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und ein dritter Prüfungsversuch fällt eindeutig in diese Kategorie. Viele Studenten behandeln ihre letzte Prüfungschance wie eine gewöhnliche Standardprüfung. Und scheitern. Solltest du dich jemals in dieser Situation befinden, solltest du deine Strategie daher anpassen. Die zehn Tipps von eben helfen dir dabei. Falls du die Sache wirklich ernst meinst und deinen dritten Prüfungsversuch professionell vorbereiten willst, habe ich noch drei Profilesetipps für dich. Diese findest du eingebettet im Artikel auf studienscheiß.de. Ein dritter Prüfungsversuch ist hart, aber machbar. Mit der richtigen Herangehensweise wirst du es schaffen. Lass dich nicht unterkriegen, mach dich nicht selbst fertig. Und beginne noch heute mit deiner Prüfungsvorbereitung. Viel Erfolg! Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando. kelabineshin, rohend podcast. Das, was melhor wie wenn du zuál'n schon den kleinen Größenqu plant Assim. Lass dich nicht unterkriegen, mach dich nicht unterkriegst,